Wer hätte nicht gerne Novo Nordisk im Depot? Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich der Aktienkurs vervierfacht und es scheint einfach kein Ende der steigenden Kurse in Sicht. Ist Novo Nordisk heiß gelaufen oder zum Allzeithoch noch immer ein Kauf? Meine Meinung in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Thieter, hier geht es um Qualitätsaktien. Egal, ob sie auf Allzeithoch ist oder nicht. Und Novo Nordisk ist ein Prädikatsbeispiel dafür, dass viele Investoren sich schwer tun, zum Allzeithoch eine Aktie zu kaufen. Das ist natürlich die Frage zu Recht. Oder verpassen sie weiterhin steigende Kurse? Wir schauen uns Novo Nordisk an. Und Novo Nordisk haben wir übrigens auch hier im Stadterdepot. Und auch im Stadterdepot ist Novo Nordisk ein Outperformer. Hier könnt ihr die ganzen Positionen nach G und V sortieren. Und dann seht ihr hier, Novo Nordisk hat schon 137% gut gelegt, also zugelegt, Kursgewinn im Stadterdepot bei uns. Obwohl wir damit Aktiensparplänen monatlich aufstocken und so den Durchschnittspreis in diesem Fall künstlich nach oben schieben. Jetzt aber zu Novo Nordisk im Aktienfinder. Und wir sehen hier zunächst mal die Performance von Novo Nordisk hier auf fünf Jahre über 400% zugelegt. Das meiste davon selbstverständlich Kursgewinne. Den Grund für die steigenden Kurse kennen wir vermutlich auch schon. Wenn wir hier auf zehn Jahre rauszoomen, dann sehen wir, dass ungefähr ab Frühjahr 2021 die Aktie eine wahnsinnige Performance hingelegt hat mit einem jährlichen Kursgewinn aufs Jahrhunder gerechnet von über 50%. Vielleicht interessant, was viele nicht wissen, davor war Novo Nordisk ein Underperformer. Über viele Jahre lang könnt ihr hier sehen, dass sich von 2015 bis eben Anfang 2021 noch sehr wenig getan hat. Über mehrere Jahre hinweg hat dann Novo Nordisk eine jährliche Rendite inklusive Dividenden von weniger als drei Prozent eingefahren. Was passiert ist, weiß man, glaube ich. Und zwar gibt es ein neues Geschäftsfeld. Man hat dann entdeckt, dass die Wirkstoffe, die dann in Osambik und Vegovi auch verbaut werden, gegen Übergewicht helfen, also als Appetitzügler. Und das hat ein neues Geschäftsfeld hervorgerufen, zusätzlich zur Diabetesbehandlung. Und das hat zu einer, und das sieht man auch hier, schönen Qualitätscheck, zu einer Gewinnexplosion förmlich geführt. Novo Nordisk war auch vorher ein Qualitätsunternehmen. Und man sieht, dass die Gewinne jetzt deutlich stärker steigen als vorher. Man kann auch hier schön sehen, wie die Umsätze deutlich stärker anziehen als vorher. Und man sieht hier auch die operative Marge, die ebenfalls jetzt dann nochmal steigt, beziehungsweise gestiegen ist und auch noch weiter steigen soll. Das alles führt dann natürlich auch zu steigenden Kursen. Steigende Gewinne führen zu steigenden Kursen. Noch stärker steigende Gewinne führen zu noch stärker steigenden Kursen. Das kann man hier bei den Multiples wunderschön sehen. Hier am Beispiel des Gewinns des KGVs haben wir hier das bilanzierte KGV. Und dann sieht man hier die KGV-Expansion. Während wir hier Novo Nordisk bewertet hatten, noch lange Zeit während der Schwächephase. Hier mit unter 20 teilweise KGVs. Hier bis zu 15 ging es runter. Hatten wir hier jetzt ein KGVs von bis zu 40. Aktuell um die 33. Wenn wir jetzt also steigende Unternehmensgewinne haben, plus steigende Multiples, dann führst du exorbitant steigenden Aktienkursen. Das habe ich ja gerade eben schon gezeigt. Und da ist jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, soll ich noch einsteigen? Und das hängt natürlich damit zusammen, wie hoch ist das Renditepotenzial dieser Aktie auf dem Allzeithoch. Und die Rendite setzt sich ja zusammen zum einen aus Dividenden, zum anderen aus Kursgewinn. Schauen wir uns mal kurz die Dividenden an. Und dann kann man hier sehen, dass die Dividendenrendite in der letzten Zeit jetzt stetig abgenommen hat. Liegt momentan bei unter einem Prozent, 0,94 Prozent. Auf der anderen Seite kann man auch schön sehen, dass in naher Zukunft schon die Dividenden dynamisch steigen sollen. Und zwei Prozent wäre hier schon Anfang 2026 Leitanalysten erreicht. Das wäre dann die persönliche Dividendenrendite bei einem Kauf heute. Man sieht auch hier im Dividendenbenchmark, wie natürlich alles Prognose, die Dividende sich entwickeln könnte, beziehungsweise seine persönliche Dividendenrendite. Und da hätten wir hier im Jahr 2030 schon beispielsweise eine Dividendenrendite erwartet bei einem Kauf heute von über drei Prozent. Nichtsdestotrotz im Performance-Chart siehst du ja, dass das meiste deiner Rendite über Kursgewinne und nicht über die Dividende erzielt wird. Deshalb ist natürlich ganz wichtig, wo geht der Aktienkurs hin? Und das sehen wir hier im Reiter Faire Wert, in der dynamischen Aktienbewertung. Zunächst mal sehen wir hier wieder die Unternehmensgewinne, die nun überproportional stark ansteigen. Und natürlich den Aktienkurs hier, der förmlich explodiert ist, innerhalb kürzester Zeit von 220 Dänischen Kronen auf 745. Kürzeste Zeit heißt von Anfang 2021 bis heute, also knapp drei Jahre. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie hoch das Renditepotenzial ist, dann nehmen wir mal den fairen Wert und blenden den mit ein, was wir hier zunächst rauskriegen, out of the box, mit einem fairen Wert berechnet auf den Durchschnitt der letzten zehn Jahre, dann haben wir hier eine krasse Überbewertung. Da wäre der faire Wert auf Ende 2023 hier bei 465 Dänischen Kronen, was natürlich deutlich unter den 745 Cent. Jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen. Wir haben ja bei Novo Nordisk schon von der Gewinnbeschleunigung gesprochen, die sich ja auch im Kursverlauf bemerkbar gemacht hat, bereits, also hier. Und ich würde sagen, wir berechnen jetzt nicht auf die letzten zehn Jahre das durchschnittliche KGV und ziehen das für die Bestimmung des Fernwerts heran, sondern wir nehmen den Zeitraum erst ab 2021. Das ist der Zeitraum, zu dem der Markt, hier sieht man auch schön an der Kursentwicklung, Novo Nordisk, also das neue Geschäftsfeld von Novo Nordisk, angefangen hat einzupreisen. Und das ist dann das neue Novo Nordisk, das repräsentativer ist für die Berechnung durchschnittlicher Multiples zur Bestimmung des fairen Werts. Und das machen wir hier, indem wir die Maustasse gedrückt halten und über den entsprechenden Zeitraum jetzt ziehen. Und jetzt wird das durchschnittliche KGV hier von 25,5 auf 33,2 springen. Und man sieht, dass der faire Wert nun deutlich höher ist. Jetzt liegt er plötzlich bei 606 dänischen Kronen. Zoomen wir noch ein bisschen näher rein. Dann haben wir zwar immer noch eine Überbewertung, aber sie hat sich deutlich reduziert. Und was jetzt noch wichtiger ist, wir sehen hier anhand der Analystenschätzungen, können wir ja den fairen Wert auch in der Zukunft berechnen. Wir haben ja sehr viele Analysten, die Novo Nordisk coveren, 20 für das Ende 2024 laufenden Geschäftsjahres und noch 19 beispielsweise für das nächste Geschäftsjahr, dann 2025. Und hier, wie gesagt, der faire Wert bei einem KGV von 33 bei 877 dänischen Kronen, hätte also den aktuellen Aktienkurs schon überschritten, was einer jährlichen Rendite entspräche von schon bereits 10,2%. Wenn wir noch ein Jahr dranhängen bei der Haltedauer, dann wird die jährliche erwartete Rendite noch größer, dann liegt sie bei 12,7%, weil ja das Gewinnwachstum hier mit knapp 20% über die nächsten Jahre nochmal deutlich über den 10% liegt. Und wenn wir nochmal ein Jahr dranhängen, dann hätten wir eine Renditeerwartung jährlich von bereits 13%. Das heißt, Novo Nordisk ist nach wie vor ein attraktives Investment. Und was ich jetzt aber an der Stelle vermutlich empfehlen würde, wäre, nicht sofort einzusteigen, weil man müsste, es gibt natürlich auch wie bei jedem Investment Risiken und die liegen bei Novo Nordisk aus meiner Sicht Fallmeter 3 ein. Das eine ist ein politisches Risiko, weil oft der Staat ja dann auch für Gesundheitsleistungen aufkommt und der Staat versucht ja entsprechend dann immer wieder auch die Kosten zu drücken. Und das könnte sich auch bei Novo Nordisk bemerkbar machen. Das würde dann zu sinkenden Margen führen. Dann gibt es natürlich noch gewisse Produktionsrisiken. Die Nachfrage ist momentan ja so groß, dass Novo Nordisk mit dem Produzieren nicht hinterherkommt. Und dann hätten wir natürlich noch Konkurrenten wie Elili, die ebenfalls in dem Business versuchen zu wildern. Es gibt also Risiken, aber auch große Chancen bei der Novo Nordisk Aktie. Sie war schon eine Qualitätsaktie vor vielen Jahren, sie ist immer noch eine Qualitätsaktie und aus meiner Sicht immer noch viel redigende Potenzial da. Aus meiner Sicht ist dann auch, aber an dieser Stelle auch keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Für mich wäre jetzt persönlich die Aktie kaufenswert und ich könnte mir vorstellen, dass man hier gestaffelt einsteigt, um das Einmalrisiko zu reduzieren. So, das ist ein Beispiel Novo Nordisk für eine Aktie auf Allzeithoch, die immer noch kaufenswert sind. Es gibt natürlich noch andere Aktien, die dasselbe betrifft. Jetzt würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Wie stehst du zu Novo Nordisk? Ist die Aktie jetzt auf Allzeithoch noch ein Kauf? Einfach Kommentar unten erfassen und ich erwarte natürlich gerne vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!